Ich bin 45 Jahre, ich bin fünffacher Familienvater, Informatiker, also natürlich auch Technik-Freak, als ein Mensch, der in der Umweltbewegung angefangen hat politisch zu arbeiten, sehr Natur verbunden und ich glaube, ich stehe ziemlich mit beiden Beinen im Leben, dafür sorgen allein schon die Kinder. Ja, guten Tag, mein Name ist Ulrich Kelber, ich bin der Bonner Bundestagsabgeordnete. Ich bin seit 13 Jahren Bundestagsabgeordneter, dreimal direkt wiedergewählt in Bonn, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, also ich habe Schwerpunkte in Berlin zu vertreten, Energie- und Umweltpolitik, Verbraucherpolitik, Energie- ich will die schnelle, preisgünstige Umstellung auf 100% erneuerbare Energien, derzeit fährt die Regierung die Energiewende vor die Wand und in der Verbraucherpolitik echte Konzepte, die im Alltag funktionieren, auch für die, die kein juristisches Staatsexamen haben. Und in Bonn gibt es ganz klare Bonner Interessen, wir brauchen bezahlbare Mieten, unsere Infrastruktur hält nicht mit dem Wachstum der Stadt mit, muss modernisiert werden, inklusive Lärmschutz und als junge Stadt brauchen wir Investitionen in Bildung. Wir haben nicht nur versprochen, was jetzt getan werden muss, wir sagen auch wie es bezahlt werden kann. Das unterscheidet uns vor allem von den beiden Regierungsparteien und von einigen der anderen Oppositionsparteien, dass wir auch ein klares Konzept dafür haben und nicht jedem alles versprechen. Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, in welche Richtung es weitergeht. Entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, in welche Richtung es weitergeht. Nahrungsrise 9時間 1aring 1 3 2 3 3 Vielen Dank.